Machine Learning ist eines der großen Schlüsselworte unserer Zeit. Es ist allgegenwärtig. Gerade in der aktuellen Zeit ist der Bereich sichtbarer als jemals zuvor, besonders mit den Durchbrüchen in Gen.AI. Schüler nutzen zum Beispiel ChatGPT in der Schule, um Essays zu verfassen oder für Social Media werden Bilder mit Stable Diffusion erstellt. Das sind alles Entwicklungen, die wir uns vor ein paar Jahren hätten nicht ausmalen können. Machine Learning kann auch dort eingesetzt werden, wo es nicht direkt dabei steht. Oder was denkst du, wie dir Musik auf Spotify genau zugeschnitten wird oder wie dein Handy entsperrt wird, indem du nur drauf schaust. Wir Menschen, wir lernen aus vergangenen Erlebnissen. Computer auf der anderen Seite agieren nach Instruktionen, die wir Menschen ihnen gegeben haben. Aber was ist nun, wenn wir Menschen einer Maschine zeigen, wie sie eigenständig lernen kann. Und das ist genau der Punkt, wo Machine Learning beginnt. Künstliche Intelligenzen lernen es, Muster aus Daten zu erkennen. Vielleicht sogar Muster, die wir Menschen hätten selber gar nicht sehen können. Wichtig ist nur eine Sache, die man sich merkt. Wir programmieren keine künstliche Intelligenz, sondern wir trainieren sie. Das Lernen übernimmt die Maschine selbst. Und manchmal kann es hier und da sogar passieren, dass wir unbekannte Datenmuster in der Datenmenge erkennen. Und dann wird es auch sehr interessant. Ein kurzer Abriss zur Geschichte. Es ist ein bisschen umstritten, wann das Ganze losging, aber man hat sich mehr oder weniger darauf geeinigt, dass es ungefähr 1950 losging mit Alan Turing, einem der Pioniere der Informatik. Und der hatte damals einen sehr spannenden Artikel geschrieben mit dem Titel Can Machines Think? Und interessanterweise hat er damals die Behauptung aufgestellt, dass Maschinen, die andere Menschen davon überzeugen, selbst ein Mensch zu sein, dass man die dann als künstliche Intelligenz bezeichnet. Und damit war, vielleicht kennt ihr ein oder andere, damit war der Turing-Test geboren. Und damit auch das gesamte Feld der künstlichen Intelligenz oder auf Englisch Artificial Intelligence beziehungsweise AI. Und generell muss man sagen, dieser Bereich ist super philosophisch. Ich meine, versuch doch mal selber für dich eine glockenklare Definition für die Wörter künstlich oder intelligentes Handeln, für dich selber zu definieren. Vielleicht geht es dir ja wie mir. Mir fällt es sehr schwer, da wirklich eine glasklare Definition für zu finden. Ja, und über die Jahre hinweg wurden die Lernalgorithmen immer besser und nicht zu vergessen auch die Computer und die Hardware immer besser, die dann zu den heutigen Erfolgen geführt haben. In dieser kleinen Serie werden wir verschiedene Aspekte des Machine Learnings beleuchten, werden sehen, wie KIs lernen, wie du deine eigene KI trainieren kannst und schlussendlich, wie du deine KI auch in Betrieb nehmen kannst.